In diesem Video schauen wir uns an, wie Adolf Hitler in nur wenigen Monaten eine Diktatur in Deutschland errichtet. Am 30. Januar 1933 scheint Adolf Hitler am Ziel zu sein. Er ist zum deutschen Reichskanzler ernannt worden. Wie es dazu kam, darüber habe ich ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Aber damit hat Adolf Hitler eben doch noch nicht das erreicht, was er wollte. Die absolute Macht. Denn Hitlers nationalsozialistische Partei regiert zusammen mit der Deutsch-Nationalen Volkspartei, DNVP. Und beide Parteien zusammen haben noch nicht einmal die Mehrheit. Außerdem gibt es da den Reichspräsidenten, die Regierungen in den einzelnen Ländern des Reichs, die Armee, die Gerichte und so weiter und so fort. Sie alle könnten Hitler gefährlich werden. Ihm ist klar, dass seine Herrschaft auf wackeligen Beinen steht. Deshalb wollen die Nazis so schnell wie möglich die absolute Kontrolle und handeln, ohne zu zögern. Noch bevor Hitler zum Kanzler ernannt wurde, verlangte er, dass der Reichspräsident den Reichstag auflöst und Neuwahlen ausruft. Das tut Paul von Hindenburg zwei Tage nach dem Amtsantritt der neuen Regierung, nämlich am 1. Februar 1933. Das Parlament ist damit bis zu den Neuwahlen außer Kraft gesetzt. Regierung und Reichspräsident können jetzt mit Notverordnungen regieren. Das heißt, auch Gesetze, denen der Reichstag nicht zugestimmt hätte, können erlassen werden. Hermann Göring wird vorläufiger Innenminister in Preußen. Damit ist er der Chef der Polizei im mit Abstand größten Teilstaat des Reiches. Am 4. Februar schränkt Präsident Hindenburg die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit ein. Die Regierung kann also im Wahlkampf Veranstaltungen der Opposition verbieten und sie bestimmt auch, was in den Zeitungen steht. Die Nazis nutzen die Mittel des Staates, um gegen ihre Gegner vorzugehen. Und sie gehen noch weiter. Am 22. Februar ernennt Göring zehntausende neue Hilfspolizisten. Diese Ordnungshüter sind Mitglieder der Nazi-Schläger-Truppen SA und SS. Was die tun sollen, ist klar. Sie sollen nicht für Recht und Ordnung sorgen, sondern sozusagen von Amts wegen die Gegner der Nationalsozialisten schikanieren. Göring verlangt sogar ganz offen fleißigen Gebrauch der Schusswaffe. Das heißt im Klartext, er schießt unsere Gegner. Am 27. Februar, nur fünf Tage später, brennt der Reichstag, der Sitz des Parlamentes. Am Tatort wird der Niederländer Marinus van der Lubbe festgenommen. Bis heute ist nicht ganz klar, wie und warum es zu dem Brand kam. Aber weil der Mann Kommunist ist, nutzt Göring die Gelegenheit und lässt Kommunisten und auch Juden verhaften. Am 28. Februar erlässt Reichspräsident Hindenburg die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Mit dieser Verordnung werden die Grundrechte, also die Freiheit der Personen, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis und so weiter und so fort. Alle Rechte, die den einzelnen Menschen vor dem Staat schützen, die werden außer Kraft gesetzt. Das bleiben sie dann bis 1945. Jetzt können Gegner der Nationalsozialisten willkürlich und massenweise verhaftet werden. Über die Medien bläut die Propaganda den Leuten ein, dass nur Hitler Deutschland vor den Staatsfeinden schützen könne. Die NSDAP gibt sich im Wahlkampf total traditionsverbunden und verantwortungsbewusst. Und gleichzeitig terrorisiert sie ihre Gegner. Ganz ähnlich hatte es auch schon der italienische Diktator Benito Mussolini angestellt. Zu ihm findet ihr oben auf dem i ein Video. Am 5. März 1933 wird dann ein neuer Reichstag gewählt. Und obwohl die Lage so angespannt ist und obwohl die Nazis alles für einen Sieg tun, bekommen sie nur in Anführungszeichen 43,9 Prozent der Stimmen. Klar, das ist ein eindeutiger Sieg, aber Hitler wollte die absolute Mehrheit, die absolute Macht. Jetzt ist er immer noch auf einen Koalitionspartner angewiesen. Als erstes werden am 8. März, drei Tage nach der Wahl, die Sitze der Kommunistischen Partei für ungültig erklärt. Jetzt hat das Parlament auf einmal nur noch 566 Sitze und nicht mehr 647 Sitze. Und mit ihren 288 Abgeordneten haben die Nazis plötzlich die Mehrheit. Aber Hitler will noch mehr. Er will, dass das Parlament sich selbst abschafft. Dafür muss eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten für das Ermächtigungsgesetz stimmen, mit dem die Regierung das Recht erhält, auch ohne Parlament Gesetze zu erlassen. Hitler braucht also auch die Stimmen anderer Parteien. Und die organisiert er sich jetzt. Als erstes gibt sich Hitler als Bewahrer der preußischen Tradition. Am 21. März tritt der neu gewählte Reichstag zusammen. Weil das Parlamentsgebäude ja abgebrannt ist, trifft man sich nicht in Berlin, sondern in Potsdam. Das ist die ehemalige Residenzstadt der preußischen Könige. Die Show, die die Nazis inszenieren, hat es in sich. Hitler, ganz bürgerlich im schwarzen Frack, verneigt sich vor dem Kriegshelden Reichspräsident von Hindenburg. Hitler beschwört die glorreiche Vergangenheit und verspricht mit Gottes Hilfe, diese Vergangenheit zu bewahren. Kanonen schießen Salut, man singt das Lied Üb immer Treu und Redlichkeit. Und dieser Tag von Potsdam, der versöhnt die nationalen, konservativen Kräfte mit den Nationalsozialisten. Und was ist mit den Kommunisten und den Sozialdemokraten? Hitler wusste, dass diese Parteien sich von seinem Zauber nicht täuschen lassen und schloss sie von vornherein von der Veranstaltung aus. Um die Katholische Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei zur Zustimmung zu bewegen, geht Hitler auf die Katholische Kirche zu. Tatsächlich wird noch im gleichen Jahr ein Vertrag zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl, also dem Vatikan, geschlossen. Außerdem verspricht Hitler dem Zentrum, dass die Rechte der christlichen Kirche respektiert werden und dass der Religionsunterricht bestehen bleiben soll. Und dass die Länder weiter bestehen sollen. Und dass der Reichspräsident alle Rechte behält. Und dann kommt noch, naja, jede Menge andere Dinge dazu. Ganz klar, mit diesen Versprechungen und Schmeicheleien kann Hitler viele überzeugen. Aber es gibt noch Abgeordnete in der BVP, der Bayerischen Volkspartei und in der Zentrumspartei, die dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmen wollen. Jetzt zeigt Hitler wieder sein wahres Gesicht. Er setzt die Abgeordneten unter Druck. Es wurden ja bereits Abgeordnete verhaftet. So etwas schüchtert dann natürlich ein. Dann werden Einzelne auch noch bedroht. Man werde ihnen oder ihren Kindern etwas antun, wenn sie dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmen. Während der Abstimmung stehen dann auch bewaffnete SA- und SS-Männer im Saal, um die Abgeordneten einzuschüchtern. Schließlich stimmt am 23. März 1933 der Reichstag mit zwei Drittel Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz. Die KPD-Abgeordneten konnten nicht gegen das Gesetz stimmen. Ihre Sitze im Reichstag waren ja schon annulliert, also für ungültig erklärt worden. Nur die SPD-Abgeordneten widersetzen sich Hitler. Der damalige SPD-Parteivorsitzende Otto Wels sagt, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Alle anderen Parteien stimmen für das Gesetz. Mit dem Ermächtigungsgesetz beginnt die Diktatur Adolf Hitlers. Scheinbar ganz legal. Jetzt ist das Parlament ausgeschaltet. Hitler kann Gesetze erlassen, wie er will. Nicht einmal der Reichspräsident muss diese Gesetze genehmigen. Weiter geht es mit den Ländern, also den Teilstaaten des Reiches. Sowas wie unsere heutigen Bundesländer. Gleich am 31. März werden die Parlamente der einzelnen Länder aufgelöst und neu gebildet. Jetzt gelten auch in den Landtagen nicht mehr die Ergebnisse der Landtagswahlen, sondern die Ergebnisse der letzten Reichstagswahl. Auch alle Stadträte werden umbesetzt. Am 7. April werden Reichsstadthalter eingesetzt. Die sind direkt Adolf Hitler unterstellt. Das bedeutet, die Reichsregierung legt die Regierungen in den einzelnen Ländern fest, nicht mehr die Parlamente der Länder. Damit sind die einzelnen Länder praktisch bedeutungslos und im Jahr 1934 werden sie dann komplett aufgelöst. Ab April 1933 werden auch im großen Stil Leute, die den Nazis nicht in den Kram passen, weggesperrt. Am Anfang vor allem politische Gegner von Kommunisten bis hin zu Abgeordneten der Bayern-Partei. Sie müssen in Haft in das Konzentrationslager Dachau bei München. Und sehr schnell werden noch weitere KZs, noch weitere Konzentrationslager eingerichtet. Am 1. Mai feiert man in Deutschland den Tag der Arbeit, zum ersten Mal als Feiertag, wobei der Lohn weiter bezahlt wird. Mit dieser Aktion wollen die Nazis die Arbeiter für sich einnehmen, wollen sich als Arbeiterpartei verkaufen. Hitler sagt, dass nun alle Deutschen, Arbeiter, Bauern und Bürger, eine Gemeinschaft bilden sollen. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaften zerschlagen. Das könnt ihr ruhig wörtlich nehmen, denn SA- und SS-Leute besetzen alle Gewerkschaftshäuser und Büros, nehmen die Mitarbeiter gefangen, stehlen die Kassen und zerschlagen die Einrichtungen. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Die Arbeiter werden zwangsweise Mitglied in der Deutschen Arbeitsfront, abgekürzt DAF. Am 10. Mai werden in Universitätsstädten die Bücher von jüdischen und oppositionellen Schriftstellern verbrannt. Die Nazis greifen auch nach der Macht über das Denken. Am 17. Juni werden alle Jugendverbände einem Reichsjugendführer unterstellt. Am 22. Juni wird die SPD verboten, alle anderen Parteien werden zur Selbstauflösung gezwungen. Und letztlich bleibt nur eine Partei übrig, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Am 14. Juli verbietet die Regierung die Neugründung von Parteien durch ein Gesetz. Ab jetzt gibt es nur noch die NSDAP. Deutschland ist jetzt ein Einparteienstaat. Wahnsinn, wie schnell das alles geht, oder? Sobald sie die Möglichkeit haben, schalten die Nazis brutal alle Gegner aus und übernehmen alle wichtigen Funktionen im ganzen Staat. Aus der demokratischen Weimarer Republik wird in nur wenigen Monaten eine Diktatur. Als dann am 2. August 1934 Paul von Hindenburg im Alter von 86 Jahren stirbt, übernimmt der Reichskanzler Adolf Hitler auch das Amt des Reichspräsidenten. Sein neuer Titel ist Führer und Reichskanzler. Schließlich wird auch die Reichswehr nicht mehr auf die Verfassung vereidigt, sondern schwört Adolf Hitler persönlich die Treue. Falls ihr noch Fragen zur Errichtung der NS-Diktatur habt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sie gibt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Wir kümmern uns dann darum und wenn ihr mehr über das NS-Regime erfahren wollt, dann abonniert unseren Kanal einfach. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.